Also, drei Tage ist es da, einmal wiederholbar mit einem Timer von zwei Tagen, also in zwei Tagen kommt die SPC wieder und dann könnt ihr sie noch einmal machen, ja. 83 mal 5er müssen folgendes abgeben, ein Team of the Week und 84er gerateten Squad. Ich bin jetzt hier komplett mal mit der Premier League gegangen, wir geben das Ganze mal ab und testen es, wie gesagt, heute natürlich im Video, neuer Content, wie immer frisch am Start. So Freunde, oder sind wir auch schon am Start, bei der Web App 5,83 plus Premier League Spieler, leider können wir es jetzt nicht auf der Konsole öffnen, Web App Glück hoffentlich am Start, 3, 2, 1, let's go. Es wird schon mal Team of the Season, ich habe ihn noch nicht am Start, es wird nur Rotary, aber Team of the Season ist Team of the Season, den können wir auf jeden Fall, wisst ihr, wo wir den abgeben? Bei der garantierten, sie kommt Mittwoch oder Donnerstag wahrscheinlich, bei der garantierten Premier League Team of the Season SPC, da geben wir dem auf jeden Fall ab, obwohl ich habe ja jetzt auch Rise, theoretisch, den könnten wir auch abgeben, aber das ist doch schon mal nice. Es wird ein Team of the Season, es ist Rotary, ein, den wir noch nicht am Start haben.